das war scheiße jungs das fand ich scheiße was ihr gemacht habt na gut okay ich gesehen dass jeder 1 war mehrmals gegessen da hat jeder einzeln gezahlt das weiß ich noch das habe ich gesehen naja es ist halt schilder ist kann man drauf an wenn es so einmalig ist dann kann kann man natürlich mal alles zahlen und sowas aber man muss jetzt auch nicht unbedingt wenn du jetzt mit denselben leuten immer mal wieder so was essen gehst konnte man auch an und übel auf den bezug zu den personen und sagt keine platin rolex poliert ja das war es auch mal wird wir haben die uhr die wollen immer alle sehen ja ich hätte auch kennengesehen der arme die armen leute die das ding stream vorher nicht gestimmt haben oder dadurch jetzt den hype haben und das war es dann auch wieder in culten weißt du was ich meine du kannst ja noch ausweichen weißt du bist ja ihr bist ja schon ewig im game wie follower hast du 300.000 oder so was 392 ich bin kurz vor den 400 let's kaufen ja ja 400.000 wie findest du das sogar wir haben wir haben in den letzten zwei monaten 130.000 follower gemacht oder so das habe ich gar nicht bekommen ist ja ganz krank nur montag in diesem einen monat da mehr follower gemacht als ich auch sagt wird deutschland krank alter holy shit nice krank man ja wir haben eine afk natürlich der geschenkt ich habe mir noch kein ring bekommen glaube ich und die map gibt es auf diesen modus gibt es auch noch mal in der neuen mehr warum kriegen wir diese map jetzt alter habe ich uns den goldenen geholt also wichtig der rot hätte den um einer bekommen damals noch mal knapp gewesen ich habe sieben ringe ich werde dir ein anti-grief geben für den griffen der folie ist ich werde alle griffen aber du gewinnst so ein video hast ja erst mal der chef wo ich besiege dich jetzt auf 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 den rd also wenn ich die jahre sehr 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 stark vollkassiert hat sich doch nach rechts habt ihn genau da kassiert bin in reingesprung quasi das gesehen digga was für ein triathie vor mir keine chance der gewinnt das bist du hinter mir bist du hinter mir nein 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 mach 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 okay aber sehr gut gespielt habe ich so lange festgehalten und habe mir dann selbst die korke geholt so gut auf assi von dir alter die herzogin und wieder von dem von dem teil siehst du das siehst du das das von dem teil weiter rechts weiter rechts gut wie ist das denn geschafft also du bist ja sogar auf den wein geblieben ja ja aber du musst noch weiter also dass die wahrscheinlichkeit einfach kringer stark du bist drin knapp aber du bist drin das ist eben schon im spawn attack siehst du den ja das ist echt ein stürmer neuer modus hast du schon gespielt ein mager quark ein kilo brokkoli 400 gramm falafel und noch ein shake am abend das war's nee noch nicht gespielt fokus fokus jetzt ich habe noch brokkoli verstanden und weiß dass du allergisch darauf reagierst lasst du uns zusammen machen ja einfach geradeaus durch springen noch mal springen und springen verstehst du hast du das gesehen was ich das gemacht habe genau sollst du es auch machen sollen guck mal wie ich erkläre wie gut ich bin was kacke und kann ich das nicht schieben wie dreckig wir kommen hier nicht weiter leider weil keiner schiebt was sagt bloß das geht es geht rechts rechts rum wachst du mir zu mir zu mir zu mir schnell zu mir max hier hoch nein so nicht hoch und dann er zwei gesunden ist bei mir nicht anhalten ich habe das schon 80 mal probiert ich muss er zwei gedrückt halten zu schieben wie lost normal springen nicht hechten nicht hechten nicht hechten erhält sich bei mir nicht ja weil da leute sind das sind leute max das schwierig ja ja das ist so wieder ja schon wieder runter gefallen also das ist das also das da er hält sich nicht fest du siehst es doch bist du schon drüben ne ich bin auch hier bei dir schiebt das ding jetzt erst mal dann gehe ich hier hoch dann hältst du dich fest max ich helfe dir mal ganz stark siehst du das so viel dazu hält sich nicht fest dann darüber wachs stark richtig gut und dann festhalten ja oh mein gott so gut zwei leute max hier das war das denn in fein ich hab verkackt ich bin nicht drin ich bin nicht drin ich bin nicht drin ich bin nicht drin ich bin drin ich bin drin ich bin drin der ninja mir folgt wie sauer ist somit also lauf was im sprung macht er hast du gesehen ja oder neun das war so heftig ich bin auch einfach ich bin nicht so der beste talentierteste gamer bin ich nicht ich bin eher von den unteren fünf prozent vom talent aber voll geil das krieg ich hin oh die farben haben sich verändert insane oh mein gott wie geil was für ein update habt ihr das gesehen zuschauer die farben sind anders die plattformen sehen auch anders aus was ja holy shit oh mein des jahres geisteskrank als als ob sie praktisch das hinbekommen haben die farben zu ändern in drei monaten ist auch animiert das gemacht in nur vier monaten haben die die farben verändert und animation reingepackt verändert guck mal die animation sind auch ganz anders also leute zockt eine runde vorgeist wieder das game ist wieder angesagt angesagt und das game ist voll geil das game ist voll geil shut the fuck up hallo loser max was machst du darauf so zu eigentlich dumm mit dir zu spielen warum kann auch den mund schenken wenn du ihn umbringen brauchst dann sagen die leute zählt nicht obwohl er zählt weil fucking reapers da kann auch sagen ja dein win zählt auch nicht weil das mit trimex gespielt weißt du ja schon free win ja deswegen könnt ihr auch einfach mal deftig die schnauze halten du bist über mir max natürlich möchte ich mir jetzt immer gleich auf jetzt gleich was macht er denn tot tot als man das die haben mich auch alle attackt und ich habe gewonnen und ich habe einfach gewonnen jedes game das ist so geil natürlich das finde ich auch geil das gewundert youtube upload easy der voll geil geil weiß was meint ich finde voll geil ja das ist gut der voll geil gewinnt auch einfach mal keine ahnung wie fast king in den chat das ist gut das ist gut das ist gut das ist gut